erst mal freue ich mich total dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu dieser solo podcast folge im tobias back podcast wie immer ein ganz ganz dickes dankeschön für deine bewertung bei itunes dieser spotify egal wo du das hörst ich lese immer alles durch und auch wenn du eine 15 sekündige story machst bei instagram und mich verlinkst bedeutet mir dass die welt und viele von euch werde ich einfach reposten auf meinem kanal und wenn du das hier gerade bei lufthansa im unterhaltungsprogramm hörst dann wünsche ich dir einen ganz ganz guten flug denn auch dort wird sind wir mit dem tobias back podcast vertreten und heute geht es um ein thema was mich sehr sehr lange schon umtreibt nämlich es geht um ein paar glaubenssätze die wir oft von eltern großeltern in der schule im kindergarten ja mit auf den weg gebracht bekommen die ich vollkommen verurteile solche sätze und die ich absolut als bullshit bezeichnen würde und zwar ist das der satz man kann nicht alles haben man kann nicht alles erreichen man kann nicht immer glücklich sein es geht nämlich heute um das thema lebensrad ich frage dich mal ganz ehrlich von wem kommen diese glaubenssätze überhaupt kommen die von dir oder kommen die von anderen also was macht dieser glaubenssatz mit dir wenn du zum beispiel glaubst man kann nicht alles haben vielleicht stimmst du sogar zu aber oder gleichzeitig sage ich dir du verbietest dir dadurch die eigene fülle in bandens zu leben im einklang mit dem universum gebettet im boden verwurzelt mit der mutter erde und energetisch verwurzelt durch den himmel durch das ganze universum und weißt du die gesellschaft und die untenhaltungsindustrie die wollen dich klein halten damit du ein schöner braver konsument bleibst du solltest aber ein paar dinge wirklich in deinem in deinen gedanken konstrukten mal in frage stellen also es ist ja so gang und gäbe dass du brav 40 stunden die woche arbeit ist für andere leute wo dir dann gesagt wird was du zu tun und zu lassen hast damit die sich große träume erfüllen können und du bleibst irgendwie auf der strecke und dann schwimmst du schön mit der masse hältst die klappe und lässt deine träume irgendwann sterben und dann fährst du zweimal im jahr in urlaub oder nicht du aber viele besaufen dann die schmerzen des jahres betäuben die dann mit alkohol drogen oder gott weiß was ja und irgendwann bist du plötzlich 85 90 dann geht der deckel zu und das war es mit der nummer oder es gibt menschen die sagen ja ja mit der rente ich freue mich auf die rente weiß der rente das system ist ja genauso perfide asozial und bescheuert da leben dann menschen mit einem bruchteil von dem was jetzt nicht reicht und das alles bullshit wenn du mich fragst und ich glaube wenn du hier teil dieser community bis die diesen podcast konsumiert und die bei uns gemeinsam mit anderen mit tausenden zehntausenden wächst und zur besten version ihrer selbst wird dann kennst du auch das gefühl anders zu sein wenn du merkst irgendwie nicht dazu zu gehören wenn ganz in dir ganz tief in dir verwurzelt das gefühl ist oder das bedürfnis ist mehr erreichen zu wollen wenn das bei dir so ist dann hör mir jetzt gut zu denn du kannst alles haben the world is your oyster der beleidigendste satz zur geburtstagsfeier den du mir jemals sagen könntest es bleibt so wie du bist auf gar keinen fall egal was du tust aber du bleibst nicht wie du bist sondern du wirst immer besser größer stärker und entwickelst dich immer weiter du veränderst dich du wächst und irgendwann hast du so eine einstellung dass du bist wie so eine blume die einfach blüht und da kommt die biene dann hin und du musst nicht von morgens bis abends werbung machen bei dir gibt es keinen stillstand in deinem leben bei dir gibt es wachstum ich habe immer leute in meinem umfeld die sagen tobi wie viele seminare willst du denn noch machen na alle was willst du denn noch für bücher lesen die kennst du doch alles schön ja alle die es gibt also das wäre jetzt vermessen weil ich niemals alle bücher lesen kann die es gibt aber alle in meinem fachbereich zum beispiel stillstand bedeutet rückschritt aber du bist hier weil du wachsen möchtest und stell dir mal vor du hast alles was du brauchst kannst an andere zurückgeben das ist mir besonders wichtig hier wenn du teil dieser community bist hilfst also anderen diesen weg den du gegangen bist auch zu gehen und das in jedem lebensbereich du bist einfach in fülle und das universum lebt fülle es ist für alles gesorgt es wird nichts ausgeklammert und jetzt stelle ich dir eine ehrliche frage in welchem lebensbereich ist denn bei dir noch luft nach oben ganz ehrlich denn genau darum geht es heute in dieser folge es geht um das lebensrad und das lebensrad die ehrliche auseinandersetzung mit dem was ich dir jetzt sage der ehrliche blick in den spiegel das messen des status quo wie bei einem arzt zu dem du gehst deine anamnese macht ich war früher rettungssanitäter bin zu unfällen gefahren auf der autobahn im reitstall wo auch immer da macht man eine anamnese da machen die rettungssanitäter und der notarzt eine anamnese um zu schauen wo sind wir denn überhaupt und wie können wir jetzt hier helfen und genau darum geht es in dieser folge das heißt dieses lebensrad das ist so eine art begleit das ist so eine art begleiter für ein erfülltes leben wenn alle lebensbereiche in balance sind dann läuft das rad rund und du bist in fülle und demut und dankbarkeit und kannst an andere zurückgeben ist dieses rad aber nicht rund dann werden menschen komisch werden aggressiv schreien nach aufmerksamkeit beleidigen andere wort er weit ist es ist also ein ganz ist also ein ganz wertvolles tool für deine selbstreflexion und nach dieser folge erstmal danke für das feedback für diese 20 minuten folgen also ich werde jetzt immer mehr folgen machen mit viel mehr content die aber kürzer sind immer so um die 20 minuten darfst du jetzt einmal schauen wo du in den nächsten wochen und monaten deinen fokus hinlegen darfst damit dieses rad bei dir runterläuft und da gibt es verschiedene lebensbereiche und der erste lebensbereich den ich für dich einmal abklopfen möchte auf einer skala von 1 bis 10 ist wie steht es denn um dein selbstbewusstsein also null wäre ich habe gar kein 10 ist ich bin total selbstbewusst ich bin mir meiner selbst bewusst und für mich steckt hinter dem selbstbewusstsein übrigens dass du für dich selbst einstehst und dass du immer in jeder situation und glasklar deine wahrheit spricht dass du dich für andere menschen einsetzt dass du dir bewusst bist was du hier auf dieser welt tust die mönche im buddhistischen bergkloster mit denen ich gelebt habe die sagen immer die höchste form der sünde ist ignoranz nicht hinzugucken und ich weiß dass du hin guckst deshalb ist meine erste frage in diesem lebensrad wie steht es um dein selbstbewusstsein die zweite speiche und so kannst du dir das vorstellen wenn du dir dieses rad mal aufmalt da geht es um deine gesundheit und deine körperliche fitness kümmerst du dich gut um den tempel in dem du lebst tust du was für deine ernährung hast du genug auslauf hätte ich fast gesagt hast du genug gehst du genug raus kümmerst du dich ernährst du dich gut und gesund mit hochwertigen produkten achtest du darauf dass dein tempel in ordnung bleibt das zweite zweite speiche dann die große speiche der beziehungen führst du tiefe und harmonische beziehungen weißt du ich habe ja lange als ich diese folgen aufgenommen habe im hintergrund einen 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 banner gehabt da steht drauf stand drauf steht drauf erfolg beginnt zu hause es ist total wichtig dass du hin guckst ist deine beziehung intakt wenn nein kannst du daran arbeiten wenn immer noch nein musst du vielleicht andere wege gehen also was was ist da und führst du tiefe beziehungen nicht beziehungen an der oberfläche sondern in der tiefe und sind die beziehungskonten zu den menschen in deinem umfeld ausgeglichen wenn du was abgehoben hast gibt es da noch was für dich einzuzahlen wenn du nur eingezahlt hast gibt es da was für dich abzuheben hast du dir ein netzwerk von beziehungen aufgebaut wo du weißt wenn mal irgendwas in deinem leben nicht in ordnung ist wenn du mal hilfe brauchst dass dort menschen bedingungs und absichtslos für dich da sind wann hast du das letzte mal mit deinen eltern gesprochen wenn nicht heute oder gestern dann ruf dir heute an weil es ein privileg ist dass die überhaupt noch in deinem telefon sind ich würde alles dafür geben noch einmal fünf minuten mit meinem vater der verstorben ist reden zu können was mit deiner besten freundin oder deinem besten freund wann hast du dir das letzte mal gesehen all das sind speichen in deinem lebensrad jetzt kommt die speiche wo einige von euch denken ach du liebe zeit ich würde ja am liebsten ausschalten und wenn dich das jetzt triggert dann ist es genau der teil deines lebensberates wo du hinschauen darfst ist das große thema der spiritualität bist du mit dem universum verbunden kannst du alles was du möchtest in der fülle aus dem quantenfeld ziehen kannst du das bist du mit dem morphogenetischen feld eins glaubst du daran dass für dich gesorgt ist spiritualität bedeutet für mich persönlich zum beispiel auch meditieren wenn ich merke dass meine innere balance aus den fugen gerät folgst du deinem inneren navigationssystem meine erfahrung in den letzten 20 jahren wo ich mich mit diesen themen beschäftige ist je mehr ich meinem inneren navigationssystem und meiner inneren stimme folge desto besser wird mein leben immer wenn ich sie ignoriere überrede oder versuche durch argumente auszuhebeln fällt das volk fällt das hin und fährt vollkommen gegen die wand kennst du deine werte und hast du deinen sinn für dein leben gefunden spiritualität ist ja so viel größer als das spiritualität bedeutet für mich auch nicht alleine zu sein spiritualität bedeutet für mich oder gelebte business spiritualität bedeutet das gesetz von saat und ernte nicht zu verstehen sondern zu leben gelebte spiritualität bedeutet für mich aus den steinen die auf mich geworfen werden wege für andere zu bauen damit deren weg nicht so steinig und hart wird all das also da können wir jetzt alleine darüber zwei stunden reden aber hier geht es ja erstmal um das format des lebens rades ich wiederhole nochmal wir haben jetzt geschaut auf einer skala von 0 bis 10 oder 1 bis 10 wie steht es um dein selbstbewusstsein wie steht es um deine körperliche gesundheit wie steht es um deine beziehungen und dein netzwerk wie steht es zu deiner spiritualität mit deiner mit deinem glauben an etwas was größer ist als du und die nächste speicher auf deinem lebensrad da geht es um dein business also bist du bist du gut aufgestellt arbeitest du in der firma die du liebst wenn nein hau da ab dann gehst du irgendwann zu deinem chef und sagst ey ich kann ich verschwende doch hier nicht meine lebenszeit seid ihr eigentlich alle irre hier dann gehst du irgendwann wenn du einen plan b aufgebaut hast um dadurch dein einkommen eben erstmal so hoch zu fahren dass du dasselbe verdienst wie als angestellter dann gehst du teilzeit in deinen job und arbeitest vollzeit in deinem traum in deinem business und dann gehst du irgendwann zu deinem chef und sagst pass mal auf mein freund ich habe ein augenleiden ich sehe mich hier nicht mehr arbeiten löst du anderen menschen probleme für deine kunden für alle dann brauchst du dir um dein business keine sorgen zu machen machst du dein eigenes ding ich will dir noch was sagen wenn du zuhörerin dieses podcast hier bist wirst du auf dauer dein ding machen das heißt übrigens nicht dass du nicht angestellt sein kannst aber im angestellten sein da übernimmst du verantwortung da lässt du nicht andere über dich entscheiden da lässt du nicht andere wie das wetter über dich hinweg gehen da stehst du im büro auf da sprichst du ganz klar deine wahrheit und übernimmst verantwortung und löst anderen probleme das ist die nächste speiche im lebensrad von 0 bis 10 wo stehst du da und jetzt kommt eins worüber wir in deutschland immer nie reden wollen was mit deinen finanzen bist du komplett in fülle bist du finanziell frei ich will dir noch was sagen wenn du teil dieser community hier bist wirst du finanziell frei allein schon weil alle anderen die mit dir zusammen auf diesem boot hier sind in richtung finanzielle freiheit segeln finanzielle freiheit ist dein geburtsrecht da musst du nicht drum betteln und wenn du nicht in einer finanziell gut aufgestellten familie lebst dann kommt eine finanziell gut aufgestellte familie aus dir in gottes namen du kannst finanzen nicht ausklammern erlaubst du dir finanzielle fülle erlaubst du dir dass irgendwann die bank anruft und sagt du musst neue elefanten bestellen damit die bei dir das geld platt treten und wenn du sagst Tobi ich will gar nicht so viel geld haben dann tu damit doch gutes dann gehst du in deiner vergangenheit zurück und reist dahin in deinen gedanken wo es dir mal richtig beschissen ging und baust mit deiner kohle was auf damit andere menschen diese schmerzen nicht erleiden müssen das ist persönlichkeitsentwicklung natürlich kannst du dir schöne dinge davon kaufen aber es geht doch darum andere groß zu machen und wer nichts hat kann auch nichts geben finanzielle freiheit gehört in dieser community genauso zum lebensrad wie business spiritualität der physische körper das selbstbewusstsein all diese dinge über die ich gesprochen habe und deine beziehung gehört genauso dazu aber es kommen noch ein paar sachen über die ich noch gar nicht gesprochen habe was ist denn mit deinen Emotionen auch die Emotionen haben einen ganz ganz großen Faktor in deinem Lebensrad lebst du deine Emotionen aus und das zu 100% und welche Emotionen lebst du nicht aus weißt du was wenn du das nicht machst dann hat das eine Konsequenz in deinem Leben unterdrückst du in einigen Elementen deines So Seins dein wahres Selbst dann werden sich diese Emotionen Katalysatoren suchen um das irgendwie auszuleben keine Ahnung durch Horrorfilme Pornografie whatever it is durch das Wegballern deines Gehirns du kannst in Fülle deine Emotionen ausleben machst du das nicht hat das eine Konsequenz und jetzt kommt der Punkt der in vielen Lebensrädern nicht mal drin ist übrigens zu meiner großen Verwunderung in einer Zeit die wirtschaftlich ja komplett neu ist im Vergleich zu dem was wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren gesehen haben und da geht es um Selbstvermarktung bist du sichtbar wenn man dich nicht kennt bucht man dich nicht und die Frage die du dir stellen darfst ist würdest du dich selbst kaufen damit dir überhaupt irgendjemand was abkauft musst du dich dir doch erstmal selbst verkaufen bist du sichtbar findet man dich und da wirst du sagen aber Tobi das fällt mir schwer ich hab Angst vor Zurückweisung Bullshit Bullshit das ist dein innerer Schweinehund dein innerer Bewohner tritt dem in den Hintern mach deine Kamera an und sprich deine Wahrheit in dein Format was du gerne magst weißt du was du machst das gar nicht für dich du machst das für andere und jetzt kommen wir noch zum zum jetzt in meinem Fall Lebensrat zum letzten Punkt und das ist das Charisma bist du zufrieden mit deiner Ausstrahlung kannst du dich gut vor anderen Menschen präsentieren sprichst du kristallklar deine Worte ist deine Kommunikation rhetorisch perfekt weißt du Menschen die gut reden können das sind diejenigen die automatisch im Job gefördert und befördert werden das ist doch vollkommen klar und ich möchte dass du eine kleine Aufgabe erledigst und zwar mal einfach einen Kreis und teile den in verschiedene Bereiche auf und in der Mitte bist du bei 100% ganz außen bei 0 und dann füllst du mit einem Stift die Bereiche aus umso erfüllter du bist desto besser fühlst du dich im Lebensrat und ich möchte dir auch noch ans Herz legen dass du dir zu all diesen Elementen über die wir jetzt hier gesprochen haben dein Charisma und deine Kommunikation deine Selbstvermarktung deine Emotionen deine Finanzen dein Business deine Spiritualität deine Beziehungen dein Selbstbewusstsein dein physischer Körper all das dass du dir für all das auch Ziele setzt dass du wirklich dir Dinge aufschreibst wo du daran arbeitest das heißt eine To-Do-Liste und dann zwischendurch weißt du das ist immer Leute sagen zu mir aber Tobi ich kenne das alles schon naja wenn du es kennen würdest dann würdest du dir wahrscheinlich die Folge nicht bis zum Ende anhören beziehungsweise es gibt ja einen großen Unterschied zwischen kennen und können angewandtes Wissen ist das was in deinem Leben den Unterschied macht und ich möchte zum Schluss dir noch mitgeben dass du deine Glaubenssätze checkst wo ist noch Luft nach oben in deinem Lebensrad schau genau hin und überprüfe was du denkst Beispiel Finanzen finanzielle Freiheit das wird von Menschen in der spirituellen Seele oft ausgeklammert Persönlichkeitsentwicklung bedeutet Fülle in jedem einzelnen Lebensbereich das Universum klammert auch nichts aus liebe spirituelle erleuchtete Süßwasserkarpfen das Universum ist mit allem in Fülle das heißt diese Fülle des Universums ist in allen Lebensbereichen auch in dir auch finanziell und mit diesen Glaubenssätzen die wir dann mitbekommen als Kinder lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach so ein Bullshit ist es wirklich das was du glauben willst löst doch deine Glaubenssätze auf schau dir dazu gerne meine YouTube Videos an dazu habe ich zum Auflösen von Glaubenssätzen habe ich auch noch einen eigenen Clip gemacht das kannst du dir hier in den Shownotes noch anschauen und jetzt möchte ich dir am Ende noch einen Tipp geben etwas was ich am Anfang falsch gemacht habe in meiner Karriere fokussiere dich auf die Bereiche in denen du jetzt wachsen darfst also nicht alles auf einmal sondern jeden Tag ein kleines bisschen besser werden der Compound-Effekt der arbeitet für dich das heißt dranbleiben oder es gibt so eine Formel das dranbleiben also die Disziplin plus Zeit plus Umsetzung das sind die massiven Resultate ich sag's nochmal dranbleiben Disziplin plus Zeit plus Umsetzung massive Resultate in deinem Leben das wertvollste was du hast ist Zeit jeden Tag ein bisschen besser werden aber nicht warten sondern jetzt heute damit anfangen schon eine Stunde täglich kann deine Zukunft nachhaltig vollkommen verändern und wenn du gerne einen kleinen Tritt in den Hintern haben möchtest wenn du gerne eine Abkürzung haben möchtest dann fang noch heute an dich um deine Lebensbereiche zu kümmern und komm in den Unbox Your Life Club in dem Unbox Your Life Club kannst du täglich über dich hinaus wachsen in diesen Lebensbereichen denn genau dort ist der auch das ist der Grund warum wir den überhaupt damals initialisiert haben dort wachsen tausende Menschen gleichzeitig und du bekommst dir jetzt heute noch das Lebensrad als PDF zum Downloaden runterladen du bekommst transformierende Videos regelmäßige Community Abende mit meinem Team und mir und du bekommst jeden Tag von mir eine Sprachnachricht geschickt nicht immer dieselbe jeden Tag eine andere und das einzige was du machen musst ist einmal hier auf den Link in den Shownotes zu klicken und dann kommst du in den besten erstklassigsten deutschsprachigen Club für Persönlichkeitsentwicklung und weißt du was das ist billiger als ein Kinobesuch und ich freue mich dich dort zu sehen um dir morgen direkt den ersten Impuls zu geben wir hören uns morgen wieder alles Liebe bis bald das war der Tobias für dich es gibt genau drei große Gründe warum Menschen im Leben nicht erfolgreich sind Grund Nummer eins sie haben keine Disziplin ich nenne diese Menschen 30 Sekunden Enthusiasten die sind kurzfristig begeistert und gehen dann wie ein Ballon zu Boden denn es ist so leicht ein paar Tage motiviert zu sein und die wenigsten schaffen es weiterzugehen zweitens falsche Ratschläge von falschen Menschen von Menschen ohne Proof of Concept die holen sich Ratschläge von Menschen die selber keine Ahnung haben und das ist einer der größten Fehler den Menschen auf ihrer Reise machen drittens das falsche Umfeld mit welchen Menschen umgibst du dich jeden Tag redet ihr über das Morgen und darüber wie ihr die Welt zu einem besseren Ort macht oder jammert ihr über den Status Quo und leckt eure Wunden genau deshalb habe ich den Unbox Your Life Club gegründet dort bekommst du einen täglichen Impuls von mir damit du immer dran bleibst jeden Tag ohne Ausnahme und ohne Entschuldigung damit du jeden Tag mit dem Compound Effekt das bedeutet jeden Tag ein bisschen besser werden um deinem Ziel deinem dir ehrwürdigen Ziel oder Ideal nah zu kommen Menschen unterschätzen was sie in 10 Jahren in 5 Jahren in einem Jahr erreichen können und sie überschätzen massiv was sie in einer Stunde einem Tag einer Woche einem Monat oder in ein paar Monaten erreichen können Compound Effekt ist jeden Tag ein kleines bisschen besser werden und ich habe für dich eine riesige Videomediathek gebaut wo du mehrere Stunden Tipps und Übungen von mir bekommst zu den wichtigsten Lebensbereichen zum Beispiel Finanzen Beziehungen Business Spiritualität Performance Speaking Leadership Selbstvertrauen und das sind nur einige davon und du bekommst auch noch regelmäßige Q&A Sessions mit mir wo ich all deine Fragen beantworte du bekommst viertens eine starke Community von mir die geschlossen in einer Facebook Gruppe agiert sich gegenseitig stützt und stärkt denn die Menschen die du suchst die suchen zeitgleich in diesem Moment auch dich und dort gibt es auch regelmäßige Live Calls zu dem Vernetzen und Austauschen genau mit dieser Community mit den Menschen die genauso ticken wie du und fünftens du bekommst exklusive Rabatte auf unsere Produkte auf Seminare und auf Online-Kurse und das Einzige was du tun darfst ist jetzt dir einen Monat kostenlos und gratis zu sichern und danach kostet das so viel wie ein Kinobesuch mit Popcorn jeder Zugang ist wichtig jeder Mensch in dieser Community ist für mich so ein Geschenk und für alle anderen und gemeinsam mit anderen wachsen was könnte es schöner geben sicher dir jetzt den Zugang und bekomm morgen früh schon meinen ersten Impuls auf dein Handy dein täglicher Tritt in den Hintern in Richtung deiner Zukunft auf der Überholspur den Link findest du unten in der Beschreibung Tschüss der Tobi aus dem Hintern auf dem Hintern auf dem Hintern Vielen Dank.